Hallo meine Lieben, ich bin's mal wieder. Ja, sie sind endlich da, meine Schuhe, von denen ich schon die ganze Zeit gesprochen habe, von Beyond Skin. Es hat eine Weile gedauert, aber das lag eher an mir als an Beyond Skin, weil ich einfach es nicht geschafft habe, zum Paketshop zu kommen, dort meine Schuhe abzuholen. Da wurden sie nämlich hingeliefert. Und genau, jetzt habe ich sie aber abgeholt und bin wirklich begeistert. Bevor ich sie euch zeige, möchte ich euch erst mal zeigen, wie sie hier angeliefert wurden, weil das finde ich schon total süß. Eine wirklich süße, schöne Idee, die sie sich da haben einfallen lassen von dem Label. Und zwar kamen sie an in diesem Jute-Beutel. Aus Organic Cotton versteht sich natürlich. Auf der Vorderseite steht Beyond Skin und Be the Change. Das ist der Slogan von dem Label. Und auf der Rückseite oder Vorderseite, wie auch immer man ihn trägt, ist diese süße Zebra mit pinken High Heels. Finde ich schon mal super. Kann man immer gebrauchen, so einen Jute-Beutel. Und die Schuhe selber kamen an in einer pinken Box, natürlich auch aus recyceltem Karton. Und dort sind sie drin. Ich zeige sie euch jetzt mal. Ich bin wirklich begeistert von diesen Schuhen. Ich hatte sie auch schon an. So sehen sie aus. Ich hatte ja schon erzählt, dass es Wedges sind. Die trage ich immer besonders gern. Gerade im Sommer, wenn man mal keine flachen Sandalen anziehen möchte, aber sich auch nicht die Füße kaputt machen will, dann ziehe ich ganz gerne mal solche Wedges an. Also Keilabsätze sozusagen. Und die finde ich ganz besonders schön. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Das ist halt ein Zebramuster und das glicksert ganz schön. Gerade wenn die Sonne scheint, sieht das besonders gut aus. Und genau, es ist ein T-Strap vorne dran und Schwarz-Silber. Wirklich sehr, sehr, sehr schön und passt zu vielen Sachen. Also ich hatte es jetzt vor kurzem mit einem schwarzen Jumpsuit an. Aber natürlich kann man es auch zu Jeans tragen. So ein schönes Kleidchen, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich echt begeistert. Sie sind mega bequem. Also so bequeme Schuhe hatte ich noch nie. Und das Highlight an diesen Schuhen ist natürlich, dass sie, jetzt haltet euch fest, aus recycelten Plastikklassen hergestellt wurden. Wie auch immer das geht, keine Ahnung. Aber genau, das ist so das Hauptmaterial, was hier verwendet wurde. Und dafür steht dieses Label halt auch. Also sie versuchen wirklich ihre Schuhe vor allem aus recycelbaren Materialien herzustellen und aus so wenig Kleber wie möglich zu verwenden, weil der auch sehr umweltschädlich ist. Und genau, das Label ist noch relativ jung. Und sie sagen selber, dass sie noch nicht alle sozialen und ökologischen Standards erfüllen, die man so erfüllen sollte. Aber sie sind gewillt. Sie arbeiten daran. Und gerade deswegen finde ich dieses Label Beyond Skin besonders unterstützenswert. Und habe mir jetzt diese Schuhe gekauft. Und bin sehr, sehr glücklich damit. Genau, gefunden habe ich diese Schuhe übrigens über eine Seite. Die nennt sich Netzwerk Faire Mode. Und die informiert euch über Shops, wo man nachhaltige Mode kaufen kann. Und die haben einen Good Shoes Guide entwickelt. Und darüber habe ich diesen Shop Beyond Skin gefunden. Und da könnt ihr gerne mal auf die Seite gehen. Netzwerk Faire Mode. Einfach bei Google eingeben. Da findet ihr den auch sofort. Und die haben auch einen Good Jeans Guide, nennt sich der, glaube ich. Da könnt ihr Jeans finden, die auch ökologisch einwandfrei hergestellt worden sind. Und ja, das war es auch erst mal schon wieder von mir. Geht einfach mal auf die Seite von Beyond Skin. Da findet ihr bestimmt auch wunderschöne Schuhe, die euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.